Wir sind gerade im Ranked und es wird geintet. Das waren 127 Gramm und wir werden zwei ganz malig wahrscheinlich sein. Ach, Syndra moved und unsere Mitte moved nicht. Ja, ich bin tot. Boah, Junge, der K-Six hat mir gerade... Was? Das waren 127 Gramm, da hast du dann zwei ganz malig. Alter... Aber was macht unsere Mitte denn? Warum kann die Syndra denn freeroamen und der nicht? Zum hundertsten Mal. Oh, fuck ja, will ich maximal ab. Oh, du bist so tot, ne? Oh. Oh, K-Six. Ja, du bist tot. Er hat schon wieder Flash? Du bist so gut!